Die Stadt Bad Ems hat die Bettensteuer zum 01.01.2024 eingeführt, weil wir uns bereits seit dem Frühjahr diesen Jahres mit der Tourismusfinanzierung und der Gegenfinanzierung dieser Aufwendungen, die wir durch den Tourismus haben, beschäftigt haben. Und in dem Zuge haben wir auch über die derzeit noch geltenden Tourismusbeitrag gesprochen. Und der Tourismusbeitrag ist zwar recht sicher, aber streitbehaftet, weil nicht nur die unmittelbar Bevorteilten am Tourismus veranlagt werden, sondern auch mittelbar Bevorteilte, die einen Vorteil haben könnten, also den muss man noch nicht mal nachweisen oder widerlegen. Und das sind beispielsweise Handwerksbetriebe, die dann in Hotels und Gastgewerbe und so weiter hier tätig sein könnten. Und das war nicht immer ganz so ohne Diskussion. Und wir wollten auch die Gewerbebetriebe hier in der Stadt entlasten. Wir sprechen davon 110.000 Euro Tourismusbeitrag in Gänze. Und das alles waren Beweggründe, dass man gesagt hat, man will den Gast mit einem relativ vergleichsweise kleinen Betrag beteiligen an diesen Kosten. Wir reden hier bei dem Durchschnittsübernachtungspreis von 5,50 Euro und den jetzt beschlossenen 3 Prozent von 1,65 Euro die Nacht. Und das auch nur für die ersten sieben Nächte ab der achten Nacht entfällt dieser Beitrag. Und das haben wir mehrheitlich im Stadtrat mit großer Mehrheit so beschlossen, den Modus neu zu wählen und in die Bettensteuer einzusteigen. Der Gästebeitrag, also wir haben einen existierenden Gästebeitrag hier in der Stadt Bad Ems mit der Kurtaxe. Das ist eine Besonderheit. Das münzt auf ein Landesgesetz und eine darauf bezugnehmende Landesverordnung für die Stadt Bad Ems. Und das lässt sich von heute auf morgen nicht mehr ändern. Wäre natürlich am charmantesten in Zukunft nur einen Beitrag hier für den Gast zu haben. Und natürlich ist es auch so, dass ein Beitrag zum einen nicht die gesamten Aufwendungen decken darf. Per Gesetz ist das so. Und der gesamte Beitrag muss auch in einer Vor- und Nachkalkulation, müssen die Aufwendungen, den Erträgen durch diesen Beitrag gegenübergestellt werden. Sehr, sehr aufwendig, auch für die Betriebe und für die Verwaltung natürlich. Und die Verwaltung wird, wie jeder weiß, auch bezahlt durch die Steuergelder. Und von daher haben wir es als Charmante angesehen, unsere Gegenfinanzierung über die Bettensteuer, die sogenannte Beherbergungssteuer, zu wählen, die der Gast mit einem kleinen Beitrag am Tag in Relation zu dem Übernachtungspreis trägt. Da reden wir von drei Prozent.